Was sind Fermentationsnoten? Fermentationsnoten, im positiven Sinne, wären im Buch nur Sekundäraromen. Wenn ich ein frisches Produkt mit Primäraromen vergehe, dann habe ich natürlich Fermentationsnoten. Das sind Sekundäraromen. Aber, von dem ich jetzt spreche, Fermentationsnoten sagt man eigentlich in der Sensorik, in der verbalen Beschreibung bei Destillaten, wenn ein Produkt eben nicht perfekt vergoren wurde. Beispiel. Wird zum Beispiel ein Whisky gebrannt und wird das Getreide nicht hundertprozentig aufgeschlossen, aufschließen heißt verzuckern, dann kann es passieren, dass dieses Produkt Fermentationsnoten nach der Destillation bekommt. Fermentationsnoten können natürlich auch entstehen, wenn eine Gärung nicht perfekt war. Fermentationsnoten werden auch beschrieben als laktische Noten. Laktisch, käsig, säuerlich, saure Milch, was auch immer. Das heißt, diese laktischen Noten gehen dann über nach der Destillation auch ins Destillat. Teilweise auch asiatische, chinesische Produkte haben diese Noten dann zum Schluss auch im Destillat. Aber in Österreich, schauen wir in die Wildschinau, der Krautinger, wenn ein Krautinger perfekt oder vielleicht nicht perfekt vergoren wurde, wird er halt immer auch leichte laktische Noten haben, also leichte Fermentationsnoten. Oh, ich liebe die XO-Sauce. Die chinesische ist auch eine Form der Fermentation. Also, Fermentation kann positiv und negativ gesehen werden, aber dieses laktische, das ich jetzt erklärt und angesprochen habe, ist leider negativ. Ich wünsche Ihnen heute kleine Happen, sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge. Abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits. Inside World Spirits